Gut Job! Bam! Bam! Dankeschön! Und jetzt... Lakitu! Bitte! Wir werden so keine Freunde? Ganz sicher nicht! Das verspreche ich dir! Ah! Oh! Ich hab's geschafft! So... Ähm... Jetzt muss ich nur den Weg zum Schloss finden. Ich glaube, der ist hier. Jetzt muss ich nur noch... ...den anderen Kram finden. Und dann... Nein! Finde ich falsch! Aber die Musik ist schön! Hüpf! Oh! Oh, Entschuldigung! Ei, ei, ei! Ich sag ja, ich bin Knulle! Unglaublich lustig! Möller vom Boss... Dann geh ich halt mehrmals... Es gibt doch so einen... ...so einen Laden... ...der mir Tipps verkauft. Gehen wir einfach mal zu dem. Bevor ich hier jetzt durch die Gegend gucke und keine Ahnung hab, was ich tun soll. Die Frage ist... Wer ist dieser Laden? Bist du das? Ja! Hallöchen! Hehehe! Willkommen! Mein Laden ist zwar bescheiden, dann bitte nachher ein echter Laden. Meine Ware sind Informationen. Für 100 Münzen bekommt ihr superfrische Informationen. Wollt ihr superfrische Infos? Kaufen! Prima! Dann bekomme ich aber noch eine Kleinigkeit von euch. Mein Sternenbohnenfragment ist im Studio des Designers Karl Auer gelandet südlich der Stadt. Um das Studio des Designers zu erreichen, muss man erst die Buchstattung umstoßen. Nun, wenn ihr Probleme habt, ich warte stets mit frischen Informationen auf euch. Okay, also geht der ganze Spaß hier praktisch echt jetzt danach, dass ich erstmal generell die Boden suchen muss. Norden, Osten, Süden. Süden ist unten. Man muss die Buchstattung umschubsen. Gut, dann gucken wir uns einfach mal im Süden um. Aber vorher würde ich gern irgendwie gucken, ob ich hier noch einen... Was ist das eigentlich für ein Laden? Sieht komisch aus. Mag ich nicht. Hier gibt es Items, soweit ich weiß. Wir können einen Item laden. Was darf es denn sein? Ah, gib mal wieder ein paar Pilze mit. Pilze sind immer gut. Kann ich irgendwas verkaufen? Ganz ehrlich. Brüderpunkte. Brauche ich im Moment nicht. Wie ich den Pfeffer benutze, weiß ich noch nicht. Wo ist der Ausgang? Danke. Hüpf. Ah, warte, warte, warte. Ein Klamottenladen hätte ich gerne noch irgendwie... Also... Sowas wie ein Klamottenladen halt, ne? Was haben wir denn hier? Ganz viele Boxen. Gut. Dann... Pupse ich da jetzt drauf. Und begebe mich in Richtung Süden. Wenn Lakitu mir nicht auf den... Senkel gehen würde. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht auf den drauf springen. Luigi, das möchtest du nicht. Vertrau mir. So, Lakitu, lass mich einfach in Ruhe. Nach Hochschule. Ich brauche die Karte. Hm. Stard... Stardesigner. Okay, aber auf jeden Fall kann ich hier die... Nein, das ist... Die falsche Kombi. So. Luigi. Und schieben. So. Das ist ein komischter Router. Ist da noch irgendwas Interessantes? Auf jeden Fall... Kann ich hier hammern. Moment. Da war nämlich ein Speicherpunkt. Speicherpunkte sind immer gut. Na, bleib beim... Bleib beim Hammer. Bremsebohne. Da. Hüpf, 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 hüpf. Und ne Lachbohne. Hat sich gelohnt erstmal vorher dahin zu gehen. Ähm. Ah. 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 Das, was man den Baum auf sich hat, werde ich bestimmt noch erfahren. Oh Gott, da komme ich alleine endlich hoch. Den Speicherpunkt wollen wir wie immer mitnehmen. Ähm. Warte. So, wo sind wir denn jetzt? Bodenland Süd. Auras Atelier. Okay. Das sieht aber nicht nach nem Atelier aus. So. Bewerber für Pumpenassistenz bitte eintreten. Pumpenassistenz. Da. Da, 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 da. Oh Mann. Das ist... vollkommen unmöglich. Uff. Ich hab zu... viel Wasser getrunken. What the... Okay. Also wirklich. Wo man hinsieht. Nichts als Schlappschwänze. Ha. Hör rein spaziert. Ich? Ich bin der berühmte Mode-Designer Karl Auer. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Ihr wollt euch also auch als Assistent für das Pumpen-Design bewerben? Wenn ihr eure Sache gut macht, bekommt ihr eine Belohnung. Diese exquisite Belohnung ist... ... eine Bohne, die vom Himmel gefallen ist. Oh yeah. Ey, was gibt's da zum Meckern? Na also, alles klar. Dann dürft ihr mir beim Pumpen-Design helfen. Wenn ihr zügig arbeitet, seid ihr auch zügig fertig. Ich erkläre euch während der Arbeit, wie ihr's macht. Erst trinkst du Wasser, bis du rund und prall bist. Und wenn du voller Wasser bist... ... dann stellst du dich auf diese Fußabdrücke. Probier's mal aus. Okay, Mario. Ich erkläre euch erstmal den Produktionsablauf. Erst werden die Kleider gefärbt. Drückt B, um die Farb Oms mit Wasser zu beschließen. Versucht es mal. Bäh. Die Farbe des Farb Oms... ...ja... ... wird zur Farbe der Kleidung. Wenn ihr eure Farb Oms trefft, dann ist die Farbe des Stoffs eine Mischung der Farbe. Merkt euch das gut. Und noch ein Punkt. Wenn ihr einen Stoff falsch gefärbt habt, dann sagt es mir. Ich kann euch jeden Stoff wieder bleichen. Wenn der Stoff gefärbt ist, wird er als nächstes gemustert. Jetzt schießt Wasser auf die Muster Oms, um ein Muster auf den Stoff zu machen. Böp. Das Muster der Muster Oms... Das wird das Muster der Kleidung. Die Muster der Muster Oms sind... ...gestreift... ...gepunktet... ...und kariert. Kapiert? Kariert, kapiert. Hoho! Nebenbei, wenn ihr mehr als zwei Muster Oms trefft, gibt es immer ein Sternmuster. Merkt euch das verstanden? Okay, zwei Sternmuster. Wenn das Muster fertig ist, entscheide ich, ob es zu meiner Bestellung passt. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. Jetzt brauche ich vier Kleidungsstücke von euch. Verstanden? Soweit zur Erklärung. Und jetzt mit Volldampf an die erste Aufgabe. Die Farbe muss rot sein, aber das Muster ist egal. Okay. Jihihi. Die Stern. Genau so, so muss es sein. Und jetzt das nächste. Das nächste Muster ist... Ich brauche gelbe Kleider und mach sie kariert. Okay. Gut. Gelb ist es zumindest schon mal. Und kariert ist es auch. Genau so, so muss es sein. Es ist das nächste. Das nächste Muster ist... Macht mir violette Kleider. Ich will ein Punktmuster sehen. Okay. Ich brauche blau und rot. Gut. Auf einer Linie. Nein! So. Okay. Perfekt. So. Punktmuster willst du sehen. Nein! Nein, nein, nein. Es tut mir leid. Mein Gott. Äh. Ja! Ich arbeite doch dran. Mein Gott. So. Violette. Und Punktmuster. Genau so. Die Kleider sollen braun sein mit einem Sternmuster. Bitte, bitte. Also. Einfach. Alles. Nein! Nein! Ja, bitte. Ja, die Kleider sollen braun sein. Okay. Danke. 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 Gut gemacht. Ihr seid fertig. Dann bekommt ihr auch die versprochene Bohne als Lohn. Hol sie euch nebenan ab. Yay! Und wahrscheinlich wird sie gerade geklaut oder sonst irgendwas. Oder der Schlüssel ist weg. Bitte die Konji-Bohne wie versprochen. Oh! Ich krieg sie wirklich! Okay. Cool. Ich bin begeistert. Du hältst ein Sternbodenfragment. Du brauchst nur zwei Fragmente. Okay. Schick. Danke. Jetzt möchte ich nur kurz einen Speicherpunkt finden. Weil... Unsere Zeit für die heutige Aufnahme neigt sich auch so langsam dem Ende zu. Und bevor wir uns in irgendeine Abenteuer-Safari begeben, würde ich dann doch gerne einfach bei dem Speicherpunkt verbleiben. Ich möchte aber kurz mal auf die Karte gucken. Denn unsere nächste Sternenbohne, an die wir uns wagen, wird wahrscheinlich die links unten sein. Weil die gerade mal am nächsten ist. Ich hoffe, dass ich an die drankomme. Ansonsten richten wir uns nach oben. Und von daher würde ich sagen, wir haben doch dafür, dass ich eigentlich keinen... Naja. Ich hatte wirklich keinen Plan. Ich habe in meinem letzten Part nachgeguckt, wo ich ungefähr stehen geblieben bin. Aber nicht, wo ich genau hin muss. Und dafür, dass wir ziemlich verpeilt durch die Gegend geirrt sind, habe ich mich doch ganz gut geschlagen. Wir haben zwei Sternenbohnenfragmente gesammelt. Was auch nicht schlecht ist. Und von daher würde ich sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.